Haben Sie eigentlich schon gepackt? Ach ja, verstehe. Sie sind noch nicht ganz wach. Ich warte im Auto auf Sie. Ja, ich glaube, das wäre wirklich das Beste. Für alle. Holen Sie sich einen Koffer. Fünf Minuten ab jetzt. Die AIH wird Sie definitiv positiv überraschen. Sie ist wunderschön. Ein Riesen-Misthaufen ist das? Auf Misthaufen blühen Blumen. Das weiß bekanntlich jedes Kind. Also, können wir? Falsche Formulierung. Egal, kommen Sie. Ich, wissen Sie, ich bleibe doch lieber hier. Wissen Sie, Sie... So viele ungehorsame Personen habe ich wirklich noch nie erlebt. Sie widern mich an, Sie und Ihr naturzerstörender Konzern. Ist das Ihrs, Amerigo? So, als hatte ich auch mal... Hat mir meine Mutter zum 20. Geburtstag geschenkt. Geben Sie her. Ich habe da mal... Ja, genug des Geplänkels. Los, ich habe schließlich noch andere Kundschaft abzuholen. Ist das nicht schön hier? Wir befinden uns hier im Distrikt 4Y3, Komplex A. Falls Sie mal eine Postkarte schreiben wollen. S-Pakete werden einmal am Tag ausgeteilt. Mehr brauchen Sie nicht. Berufs- und Alltagsbekleidung liegt in Ihrem Schrank. Arbeitsküttel liegt bei. Telefon gibt es nicht. Braucht man auch nicht. Genauso wenig für die ganzen anderen Unterhaltungsmüll oder Urlaub. Arbeit ist schließlich Unterhaltung und Urlaub genug. Nun kommen Sie schon. Kommen Sie. Scheiße, ich bin hier. Aufmerksamkeit der Regen ist hier nicht sonderlich angesehen. Die Toiletten werden hier kollektiv genutzt. Hier muss er schließlich niemand alleine in seinem Geschäft abgeben. Dort hinten sehen Sie jetzt nur Nummer 5. Keine Angst. Das zweite Bett wird sicherlich auch bald belegt werden. Wie Sie sehen, ist alles für Sie vorbereitet. Besser als in jedem Hotel. Also, wir sehen, ist alles für alle. Sopper. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Das ist nicht mehr der Mann, den ich kenne. Hallo? Ist hier jemand? Mark, es gibt Abendbrot. Ich hab keine Nummer. Komm, du musst was essen.